Hallo, ich bin die Freya Oertl und das ist der Marco. Der Marco ist der Polier hier auf der Baustelle und wir machen jetzt zusammen eine Tachymeter-Einweisung. Das bedeutet, ich zeige dem Marco, wie wir den Tachymeter aufbauen, wie wir uns mit dem TSC 7 auf den Tachymeter verbinden und wir messen Punkte auf und stecken Punkte ab. Des Weiteren gucken wir uns natürlich an, wie wir Projekte anlegen können und auch wie wir Daten aus dem Büro auf den TSC 7 bekommen und natürlich auch die aufgemessenen Daten wieder zurück ins Büro schicken.